Aufwachen! So, gleich spannender Anfang im Hallen-Finale vom Hallentumier in Mühlberg am 3. Dezember gegen Kreisliga-Kollegen Weidenbach. So, wir haben bisher 18 zu 0 Tore in der Vorrunde. Joé, guten Tag! So muss das sein. Wir haben 19 zu 0 Tore. So, du musst erst mal ein paar mitschreiben. So, du musst erst mal ein paar mitschreiben. Aufpassen! Aufpassen! So, guck. So, du musst aus! So! So, los! So! 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 2, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 3, 2, 1 Oh, 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 oh. Und gehen wir! Da ist keiner! Ich hoffe jetzt, Simon, du hast... Jawohl! Jawohl! Super, Miggi! Vierte Minute, 2 zu 0, da geht der Michael Renner. Der Elbster war mit dem Koffer, der 2 zu 0. Der Koffer ist mit dem Koffer, mit dem Koffer ist... ...Millow, tschau, tschau! Ja! Ach! 4, 4 ... Vielleicht ist das immer an Sie, die See Pontge images erwartet wurden. Die Menschen aus dem位置f agora! Das war's. Jawohl! Gut, weckt das Ding. Viererhalben Minuten noch. Die Die Worte! Das Ding! Das Ding! Die Worte! Die Spiele sind die Zeitgeist. Die Spiele sind die Zeitgeist. Die Spiele sind die Zeitgeist. 2, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 1. Das wird sie nicht passieren. 1, 2, 3, 2, 1. Für die Stimme von der Ratschnung aufs Reise sind wir die Beide der 1. Tür auf der 1. Rutschzeuge. Ja, das ist gut. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Das war's. Und ab geht's. Komm jetzt, macht's takt zu. Ja. So, die haben verliert doch dann irgendwann Ball. Ja. 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 Nein, nein, ich bin mal.